Moin Freunde, kurz und knackig. Heute gibt es ein Update-Video zum Medical Properties Trust. Es hat sich zuletzt einiges getan und das wollen wir in diesem Video einmal zusammenfassen. Immer gilt, dass es keine Form der Anlageberatung, nur meine Eingemeinung und Abfahrt hat. Wir starten mit einem kurzen Rückblick auf den Anfang des Jahres, 4. Januar 2024. Hier erinnern wir uns mal an die Essenz von dieser Meldung von Medical Properties Trust. Stuart Healthcare, der Problemmieter, ist im Grunde in einer sehr schwierigen finanziellen Lage. Es mussten diverse Sachen abgeschrieben werden an bestehenden Schulden. Wie es in der Zukunft weitergeht, wusste man auch nicht so richtig. Stuart sollte zur Sanierung mehrere Assets und auch Teile, die nicht zum Kerngeschäft gehören, verkaufen. Und das war im Grunde diese Quintessenz dieser Meldung. Im Grunde also dadurch, dass der Hauptmieter betroffen war oder betroffen ist, eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Dann gibt es eine weitere Meldung und zwar gab es eine weitere Meldung. Das war der Jahresbericht für das 4. Quartal im Februar 2021. Da wurde eben was zum Thema Dividende gesagt. Und zwar, dass man gar nicht so richtig weiß, ob die Dividende weiter bezahlt werden kann. Dass das Ganze geprüft werden müsse, dass man grundsätzlich zwar zu Dividenden sich bekennt, aber dass es natürlich auch zum jeweiligen Status, zur Finanzkraft des Unternehmens passen muss. Und gleichzeitig wurde hier die Strategie für 2024 bekannt gegeben. Und zwar wollte man oder will man die Liquidität steigern. Man will also bis zu 2 Milliarden an Liquidität erzeugen, insbesondere durch Verkäufe. Viel anderes bleibt natürlich an der Stelle auch nicht über. Ja und die erste gute Nachricht gab es dann im März. Die haben wir noch nicht zusammen angeguckt. Das bisher war der Rückblick. Das ist jetzt so die erste neue Nachricht. 27. März, da kommt es zu einem möglichen Deal zwischen Stuart Healthcare und Optum. Optum gehört zur United Health Group. Und hier soll also ein Teil des Geschäfts von Stuart Healthcare verkauft werden. Das Ganze ist relativ schwierig, weil United Health schon eine gewisse Marktmacht hat. Und das steht dann auch in diesem Artikel weiter drin. Hier geht es unter anderem um so ein Ärztennetz. Und da hat wohl Optum, beziehungsweise United Health schon 10% in den USA. Ist also ein sehr starker Player. Das heißt, das Ganze muss geprüft werden. Hier gibt es 30 Tage dafür. Aber wenn dieser Deal durchgeht, könnte es eben sehr positiv sein. Denn die Summe, die da bezahlt werden soll, könnte wohl die gesamte Schuld von Medical Properties Trust, z.B. die ganze Schuld von Stuart Healthcare bei Medical Properties Trust tilgen. Wie sich das für Stuart auswirkt, ist natürlich fraglich. Denn United Health ist natürlich auch nicht doof und kauft jetzt hier eher die Juwelen, die Stuart Healthcare noch hat. Anstatt irgendwelche Reste, die man nicht wirklich braucht. Also das so ein bisschen, muss man ein bisschen kritisch im Blick gucken, was das für Stuart am Ende bedeutet. Und dann langfristig oder mittelfristig vielleicht für Medical Properties Trust. Kurzfristig könnte es eine Menge Liquidität natürlich in unseren Lieblingskrisen-Reed spülen. Ja, die zweite gute Nachricht dann. Es gibt natürlich mehrere Mieter, nicht unbedingt nur schlechte. Einer dieser Mieter ist Prime Healthcare. Prime Healthcare, da die Mieten von Medical Properties Trust, ich glaube insgesamt neun Hospitäler, neun Krankenhäuser. Fünf davon werden jetzt zurückgekauft. Das ist hier die Meldung vom 9. April. Ursprünglich war es ja so, dass quasi Medical Properties Trust die, den abgekauft hat, also Prime Healthcare abgekauft hat und dann eben zurückvermietet hat. Jetzt werden die zurückgekauft und zwar hier für 350 Millionen US-Dollar. 350 Millionen US-Dollar ist etwa so die Höhe der Dividende im Jahr. Momentan beträgt die ja 90 Millionen pro Quartal mal 4, 360, 350. Runden wir mal diese 10 Millionenchen da weg, kann man natürlich jetzt hier leicht sagen. Insgesamt funktioniert das Ganze so, 250 Millionen fließen direkt 100 Millionen dann in den neuesten neun Monaten. Dazu gibt es auch für die bestehenden vier Krankenhäuser nochmal einen erneuerten Mietvertrag für die nächsten 20 Jahre mit einer Rückkaufoption für Prime Healthcare. Entweder 260 Millionen, wenn man dem Deal nach dem 26. August 2028 zustimmt. Wenn sie sich vorher dazu entschließen, das Ganze zurückzukaufen, dann sogar nur 238 Millionen. Hier werden also neun Krankenhäuser verkauft. Dieser Mieter Prime Healthcare, über den habe ich bisher noch nichts Gutes, besonders auch nichts Schlechtes gelesen. Soll erstmal nichts heißen. Wir werden mal gucken, der taucht jetzt auch nicht hier in diesen großen Mietern auf, immer im Bericht. Der zählt dann zu den 44 anderen Operators. Was natürlich dann wieder auch klar, oder was dann wieder klar ist, was das heißt. Die anderen Mieter, auch besonders in Stuart Healthcare, da steigt dann natürlich wieder entsprechend die Gewichtung. Ja, das wird also verkauft und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Das war hier am 9. April und dann gab es die nächste Meldung direkt hier am 12. April. Und das war gestern, das war der Freitag quasi. Ich glaube, die deutsche Börse hat schon geschlafen. Das war so zum Schluss der US-Börse. Und hier gibt es also den nächsten Deal, der gemacht wird. Und da geht es um 5 oder beziehungsweise 5 Hospitäler in Utah. Die werden in einen Joint Venture gemeinsam mit einem nicht namentlich genannten Fund, scheint so in so einem Bereich Asset Manager, Private Equity zu gehen, mit langem Track Record wird noch gesagt, was auch immer sich da hinter diesem ominösen Partner verbirgt. Das wird dann überführt. Medical Properties Trust wird davon 25% von diesem Joint Venture halten und der Partner 75%. In Summe hat das Ganze einen Wert von 886 Millionen, die Medical Properties Trust an der Stelle bekommt, was dann eben relativ gute Nachrichten sind. Und dann wurde hier noch so ein Finanzierungsziel abgeschlossen, wo es auch nochmal 190 Millionen gibt. In Summe hat man das dann hier auch lockerflockig aufgerundet. Also wenn ich vorhin 10 Millionen mal aufgerundet habe, hier kommt man auf die Summe von 1,1 Billion. Und das sind dann eben diese 190 und 896 Millionen zusammen. Das ist auf jeden Fall so eine relativ gute Nachricht. Das Geld will man dafür aufbringen an der Stelle, um einmal die offenen Krediten Australien zu tilgen, aber auch grundsätzlich die Schulden zu reduzieren, was an der Stelle dann tatsächlich schon eine sehr gute Nachricht ist. Ja, insgesamt auch, also insgesamt hier werden also noch weitere Assets verkauft. Und in dem Zusammenhang schauen wir dann mal so auf das Thema Schulden. So, wir gehen nochmal auf diese Nachricht hier. 1,6 Billionen hat man damit schon in diesem Jahr an Liquidität erzeugt. Einmal hier diese 1,1, dann eben die 2,5, wo die anderen 2,5 herkommen, also 250 Millionen, kann ich an der Stelle nicht sagen. Das konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen. Eventuell sind das hier an der Stelle Mieteinnahmen oder der offene Deal für die anderen Krankenhäuser. Vielleicht geht es da auch an der Stelle weiter. Insgesamt hier, wie gesagt, 1,6 Milliarden geben sie an und damit ein Großteil des Jahresziels. Wenn wir da mal genau gucken, sind das eben, wie gesagt, relativ gute Nachrichten. Denn wenn wir schauen, 2024 sind die offenen Schulden 450 Millionen und nochmal 100, 1,4 Milliarden, also 1.400 Millionen im Jahr 2025. Und diese 2 Milliarden würden natürlich diese Gesamtschulden hier theoretisch decken, wenn man die Gesamt abzahlen wollen würde, was natürlich so dann direkt nicht gemacht wird. Das ist natürlich auch an der Stelle klar. Aber das würde das abdecken, was auf jeden Fall schon mal eine relativ gute Nachricht ist. Und wenn wir auf die Gesamtschuld blicken, sehen wir eben, wir haben hier 10,1 Milliarden. Und wenn wir eben hier 2 Milliarden, beziehungsweise jetzt 1,6 Milliarden an Liquidität haben, dann könnte man damit schon einen Großteil der Schulden, sprich etwa mit den 2 Milliarden, dann 20 Prozent abzahlen. Also die Entschuldung läuft hier natürlich relativ gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir nochmal so ein bisschen Richtung der Einnahmensituation auch schielen. Denn natürlich werden hier gerade Krankenhäuser verkauft. Und auch das wird natürlich an der anderen Seite natürlich wieder drücken, wenn ich hier die Krankenhäuser verkaufe. Und ich kann oder ich kriege mit Sicherheit nicht die verkauft mit den Problemmietern zwingenderweise, sondern eher die mit den gut laufenden Mietern. Und insofern wird sich natürlich auch die Einnahmensituation reduzieren. Also das sollte man damit dabei immer im Hinterkopf behalten. Ja, ein Teil dieser Schuld oder dieser Liquidität, dieser Cashbestände, die man nun über die Verkäufe erzielt hat, wird scheinbar gleich wieder für die Dividende ausgegeben. Regulär wäre der Dividendentermin ja deutlich früher gewesen. Ich glaube, die Dividende wurde immer so um den 15. herum bezahlt. Jetzt wurde am 12. April also auch bekannt gegeben, man zahlt eine Dividende von 15 Cent pro Aktie zum 1. Mai. Rutscht damit also aus diesem ursprünglichen Tonus von Januar, April etc. raus in den Mai hinein. Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Es sind wieder 90 Millionen, die man auch sinnvoller ausgeben könnte. Nochmal mit Blick zurück auf das Thema Schulden. 90 Millionen, ja, lass das gut und gerne ein Prozent der Schuld sein. Also das ein bisschen zwiegespalten. Zwiegespalten und man hat so das Gefühl, also diese Nachricht kommt ja nun sehr spät. Früher wurde die Dividende immer deutlich eher angekündigt im Jahr. Man hat das Gefühl, sie mussten hier warten, bis tatsächlich dafür Geld da ist. Und das lässt zumindest ein bisschen Bauchschmerzen bei mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das dazu seht. Ja, insgesamt nochmal mit dem Blick über das Thema Schulden haben wir gesprochen. 10,2 Milliarden. Wir sehen die Tilgungskraft hier mit 110, mit minus 110 Millionen, also negativ. Aktuell, wir sehen 400 Millionen Zinsaufwand pro Jahr. Dieser Zinsaufwand ist natürlich jetzt auch erstmal über diese 2 Milliarden Liquidität gedeckt. Das Kernvermögen, was noch 18 Milliarden beträgt, wird sich natürlich auch entsprechend korrigieren. Hier an der Stelle, das müssen wir auch mal im Blick haben. Ja, wir haben hier momentan 600 Millionen Aktien, deswegen 600 Millionen mal diese 15 Cent kommen wieder auf diese 90 Millionen an Ausgaben. Das mal so ein bisschen mit Blick hier drauf. Die Börse hat auf diese Nachricht grundsätzlich sehr positiv reagiert. Das können wir hier noch nicht sehen bei TradingView. Deswegen habe ich mal Seeking Alpha hier aufgemacht. Und dann sehen wir eben, nachbörslich ist die Aktie tatsächlich um 12,3 Prozent nach oben gesprungen. Ich möchte das eigentlich nicht alleine auf diese Dividenden-Nachricht schieben, weil sonst hätte die Aktie deutlich früher, wir gehen mal hier auf den Monatschart, deutlich früher schon nach unten fallen müssen. Dadurch, dass keine Meldung kam, ich würde es eher persönlich darauf schieben, durch diesen Verkauf oder diesen neuen Deal im Wert von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar. Darauf würde ich das an der Stelle schieben. Wir gucken nochmal gemeinsam zum Abschluss auf den Chart. Langfristig sieht das natürlich sehr, sehr düster aus. Wir gucken nochmal in die Abwärtsbewegung seit dem High rein. Und was wir eben sehen, wir sehen immer noch keine Konsolidierung. Der Abwärtstrend ist aktiv. Den Trendbruch hätten wir hier erst auf einer etwas höheren Ebene. Der wäre hier oben bei 5,45 US-Dollar. Aktuell sind wir wieder bei 4,5 hoch. Das ist so ein bisschen das Niveau hier. Gehen wir mal in die Tagesdicht rein. In den letzten Tagen hat natürlich auch nochmal die Zinsangst hier reingespielt. Gerade bei einem so stark verschuldeten Unternehmen macht das Probleme. Wenn wir jetzt tatsächlich auf den 4,5 starten, dann könnten wir wieder den Anlauf nehmen. Diese Abwärtsgib, diese Massive, die damals bei der Januar-Meldung um Steward Healthcare entstanden ist, dann könnten wir die schließen. Und wenn wir das schaffen, diese hier zeitnah zu schließen, das wäre tatsächlich ein erstes bullisches Zeichen aus technischer Sicht, was wir brauchen würden. Ja, Freunde, soviel zu Medical Properties Trust. In Summe sehe ich das Ganze etwas zwiegespalten. Das ist so ein bisschen vielleicht noch meine Einordnung zum Abschluss. Ich finde es persönlich gut, dass man es schafft und hier vorangeht mit dem Thema Entschuldung. Und wenn man es tatsächlich schaffen sollte, in diesem Jahr vielleicht die Schuld um 10, vielleicht sogar 15 Prozent zu reduzieren oder beziehungsweise dafür die nötige Liquidität zu erzeugen. Da ist man ja gut dabei. Also das sind auf jeden Fall auf der einen Seite gute Nachrichten. Die gute Nachricht ist auf jeden Fall auch, dass man mit Steward Healthcare vielleicht vorankommt. Aber die Verbindung ist natürlich trotzdem noch da, die enge Verzahnung. Und ich würde mir eben wünschen, dass man es jetzt Stück für Stück schafft, diesen großen Problemmeter rauszubekommen. Denn unabhängig davon, ob da jetzt ein Teil vom Unternehmen verkauft wurde, oder man vielleicht auch wieder ein bisschen Schulden zurückbezahlt bekommt, die Probleme bleiben bestehen. Man hat eine sehr hohe Gewichtung dabei und ich denke mittelfristig mit diesem Verkauf stelle ich mir ja vor, dass das eher etwas schlechter wird. Auch problematisch, auch kritisch sehe ich den Punkt, dass man wie gesagt Assets verkauft. Die Einnahmesituation wird weiter sinken. Das heißt, wir müssen auch nochmal kritisch, und das möchte ich euch nochmal kurz zeigen, hier auf das Thema der Adjusted Funds und Operations gucken. Die könnten also perspektivisch noch weiter sinken. Und wenn die noch weiter sinken, müssten wir auch wieder auf unsere Dividende schauen. Also da auch nochmal so ein kritischer Punkt. Auch die ist nicht sicher. Und ich frage mich eh, warum man in dieser Situation Dividende zahlt, wenn das etwa 1% der Gesamtschuld ist. Warum nicht aussetzen? Das könnte man machen. Man könnte seinen Status als REIT dabei behalten. Durch diese starken Abschreibungen zu Beginn des Jahres auf Stuart Healthcare. Das wäre gar kein Problem. Und behält einfach in diesem Jahr diese 360 Millionen, 3,6% der Schulden etwa. Und hat dann einfach nochmal die Finanzbasis besser stabilisiert. Also das wäre was, wo ich an der Stelle drüber nachgedacht hätte. Und ich glaube, jeder Aktionär, der langfristig an diesem Unternehmen interessiert ist, oder auf die Erholung setzt, dem wäre das an der Stelle egal. Beziehungsweise der würde das begrüßen. Denn wir investieren hier ja nicht nur, um die Dividende zu erhalten. Auch wenn das natürlich vielleicht auch viele gemacht haben. Sondern wollen hier eigentlich, dass das Unternehmen sich stabilisiert. Und dann den größtmöglichen Profit rausziehen. Und ich glaube, den kann man rausziehen, wenn man es tatsächlich schafft, die finanzielle Situation zu stabilisieren. Letztes Schlusswort noch von mir. Was mir wirklich wieder schlimm und so übel aufgestoßen ist, ist der Umgang, wie man hier mit den Aktionären umgeht. Ich habe es in fast jedem Video zuletzt kritisiert, dass die Informationen, die von Medical Properties Trust kommen, dass das eine Salami-Taktik ist, wo man sich, ich hoffe, das gibt jetzt keinen Strike von YouTube oder sowas, wo sich einfach nur noch verarscht, auf gut Deutsch verarscht vorkommt. Es werden hier scheibchenweise die Informationen rausgegeben, anstatt von Anfang an zum letzten Jahr Klartext zu sagen, Leute, das funktioniert so nicht. Wir kürzen die Dividende, bumms, aus Ende. Nee, Stück für Stück und dann kommt noch zum Anfang des Jahres, kommt dann Stuart Halesker noch und dann müssen wir ganz viel abschreiben. Leute, warum nicht gleich, ehrlich und direkt? Das wäre bei mir als Aktionär deutlich besser angekommen. Und genau diesen Eindruck habe ich jetzt auch wieder mit dieser Dividenden-Meldung. Denn anstatt zu sagen, Leute, hier, normalerweise hätten wir das jetzt angekündigt, wir sind gerade unsicher, ob wir das zahlen können. Es wird nochmal eine Meldung geben, wenn wir es zahlen können, aktuell ausgesetzt. Da kommt einfach nichts. Es kommt einfach nichts. Und das ist für mich, ganz ehrlich, der falsche Weg. Und das ist auch der Grund, warum für mich dieses Unternehmen, trotz hoher Buchwerte, was ich ja immer wieder betont habe, so abgestraft ist, ob es auf dem Buchwert so günstig handelt. Weil einfach das Vertrauen in das Management so gering ist aktuell. Das ist einer der Gründe, für die ich auch für diesen Absturz sehe. Und mit dieser Kommunikationspolitik macht man das einfach nicht besser. Punkt. Können wir auch gerne noch schreiben. Wie ihr das seht, vielleicht sehe ich das auch zu kritisch an der Stelle. Mich, wie gesagt, ärgert es, beziehungsweise es ärgert mich gar nicht mehr. Zwischen ist es mir relativ egal. Ich halte nur noch eine sehr, sehr kleine Position an der Aktie. Aber so zufrieden sein kann man damit aus meiner Sicht nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Restwochenende. Genießt das gute Wetter. Bis bald, Freunde. Macht es gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.